Ich bin ein kleiner Pitbull, der sofort schlagen kann, hart schlagen kann und geht nach vorne. Dann bestellt die mir, das ist eine gute Chance nach vorne zu kommen. Ich glaube, dass du kaputt schlagen kannst und danach selber schlagen kannst. Die Vorbereitung ist sehr gut, er hat 5 Wochen und jetzt ist die 6 Wochen trainiert. Er hat gut Spannung gemacht, ist ein Kämpfer und er hat sich gut vorbereitet zu 20 Sekunden. Ich hoffe, dass wir gewinnen, wir haben dafür trainiert, dass wir gewinnen wollen. Wir gewinnen natürlich, wir gewinnen auch im Pool, wir gewinnen und wir auch. Und wir denken, wer der Beste muss an der Tag der Logik wird per Play.